Meine Damen und Herren, ich seh schon, Sie stehen da drauf. Das gefällt mir. Ich möchte Ihnen jetzt einen Titel erzählen, einen Deutschen Opfer, und zwar die Rückseite meiner letzten Platte. Was geschrieben will ich Ihnen hier vorstellen? Geschrieben von Charlie Hornemann, erzähl mir nichts von deiner Liebe. Charlie! Erzähl mir nichts von deiner Liebe, von deiner grenzenlosen Liebe. Wir kennen uns erst kurzer Zeit, und ich lebe gern ihn weit. Erzähl mir nichts von Zukunftsträumen, von deinen großen Zukunftsträumen. Die wird der Wind nur so vor sich kehren, und die zählen dann nicht mehr. Lass uns doch erst mal wirklich sehen, wie wir zwei unsere Nacht bestehen. Dieser Abend ist noch jung, und noch nicht außer Ende. Erzähl mir nicht, wie alles werden wird, und wie der Weg von dir zur Liebe führt. Weil noch alles in den Sternen steht, wohin diese Reise geht. Ja! Schie! Lass uns doch erst mal wirklich sehen, wie wir zwei uns heute Nacht verstehen. Erzähl mir nichts von Zukunftsträumen, von deinen großen Zukunftsträumen. Erzähl mir nichts von Zukunftsträumen, von deinen großen Zukunftsträumen. Die wird der Wind nur so vor sich kehren, und die zählen dann nicht mehr. eine große Reise geht. Meine Damen, meine Herren, ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Danke schön, meine Damen und Herren. Sie sind ein wundervolles Publikum, Alter. Das war für alle, die mich immer etwas abwehren, als Schnulzenheide bezeichnen. Hier haben wir das Gefühl, dass die, die über die Schnulzen so schimpfen, selbst Menschen sind die Angst, um ihre Gefühle zu zeigen.